Hallo, mein Name ist Manuel Andrack. Ich bin Journalist, Autor und leidenschaftlicher Wanderer. Und das hier, das ist Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Raiffeisen wäre in diesem Jahr 2018 200 Jahre alt geworden. Raiffeisen gilt ja als Vater der Genossenschaftsidee. Und in ganz Deutschland gibt es Genossenschaften, in den Städten, auf dem Land. Und Deutschland ist sozusagen Genossenschaftsland. Mitte März beginnt meine Reise durch dieses Genossenschaftsland. Ich starte im Westerwald, da wo Raiffeisen geboren wurde. Und dann geht es weiter nach Bayern. Ich bin in Norddeutschland. Ich reise durch Nordrhein-Westfalen. Überall treffe ich Genossenschaftler und rede mit Ihnen über diese wirklich starke Idee. Und das Tolle ist, Sie können mich auf dieser Reise, auf dieser Raiffeisentour durch Deutschland begleiten. Virtuell folgen sozusagen. Auf Instagram, Twitter, Facebook. Jeden Tag dabei sein und schauen, wie mein Reisetagebuch wächst. Und unter dieser Adresse treffen wir uns wieder. Ich freue mich auf die Raiffeisentour 2018. Ihr Manuel Andrack. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020